In den folgenden Lernfilmen lernst du verschiedene Tricks kennen, wie du deine PowerPoint-Präsentation etwas attraktiver gestalten kannst. Schauen wir uns gleich das Endprodukt an. Es ist ein puppiges Design mit Hintergrundmusik. Bilder springen rein, die mit Rahmen und Schlagschatten versehen sind. Es gibt diesen Würfeleffekt, wenn man von Folie zu Folie springt. Die Bilder haben hier nur noch Schlagschatten, sehen also wie dreidimensional aus ein bisschen. Es ist ein Film eingebaut. Wenn man draufklickt, wird der Format ausfüllend gestartet. Und am Schluss, ja na, es ist ein bisschen peinlich, wird mir selber noch applaudiert. Es geht hier aber mehr darum zu zeigen, wie man Soundeffekte noch einbauen kann.